was geht leute zu einem neuen video heute spielen wir auf team holen ja ja und so kann ich mal wieder nicht das sind noch ein thema sicher ist ja versprochen grg ist ein thema ich heute halt so ich habe halt auch ein freund der heißt auch mal auch so und dann habe ich mir mal gedacht was er hatte ja ich musste nicht von ihm aber ich wollte auch weil halt wissen ja gute freunde ja dann wollte ich mal mich halt so mal nennen und darum habe ich mich jetzt mal zu genannt und ja aber bahn und so heiße ich ihm noch es im jahr jeweils im jahrg ist eigentlich mein youtube-name bis klein und hier sind wir auch schon wieder beim nächsten tag ich bin du Fimmeljägig, 100 Jahre alt, kann kein Wurzeln. Und dann ist der Kackel, warum kann er nicht für ihr, warum schwindet sich alles weg? Ich würde hier jetzt für Kackel, weil ich immer alles doof bin. Da habe ich keine Pfeile mehr. Da schreibt noch ins Set, komm, Alter, was ist für ein Spieler? Was ist für ein Spieler? Hä? Man kann ja gar nichts setzen. Was ist für ein Spieler? Was ist für ein Spieler? Was ist die auch noch quack? Simi, du bist einfach nur Kackel. Denk mal ein bisschen nach wie die. Was ist für ein Spieler? Was ist für ein Spieler? Bis zum nächsten Mal. 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 Glaubst du, keiner schaut ins Inventar? Mann, Leute, ich nenne mich ab morgen dumm. Nein, Leute, lass doch jetzt ein Ups, ich habe mit dem Finger geklagt, sorry. Hä? Kennst ihr diesen Back, oder? Ich kann diesen Back, oder? Ich habe das nicht mehr, oder? Ich hab das nicht mehr in die Schleunhalle. Ich kann diesen Back, oder? Es ist nicht mehr so süß, oder? Das war's für heute. Nein! Das war's für heute. Ah, mein Arm! Aua! Mein Arm, ich lass mich noch sterben. Ich musste mich ergeben, weißt du? Ah, mein Arm! Ah, mein Arm! Ich lass mich jetzt mal. Nicht jetzt wegen so einem Ding, aber... Ah, hier kann ich... Ich weiß, dass ich das schlechteste PvP-Spiel bin. Ich weiß, dass ich das beste PvP-Spiel bin. Ja! Oh, mein Gott! Mein Hund rief! Der Held! Ich weiß, dass... Es ist... Hecker! und die folge zu lange so gut das war es auch mit dem video halt nur ein thema was ich jetzt versprochen der gehalt heiße nur so ein video und dann wünsche ich euch noch einen schönen Ciao Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.